Wollen Sie auch mal Ihren deutschen Lieblingsstar treffen und unser Gast sein? Dann bewerben Sie sich für Ihr eigenes Stardate. Die Adresse haben wir jetzt nochmal für Sie eingeblendet. Da seid ihr schon. Schön. Hat euch der Abend gefallen? Wunderbar. Ja? Ein wunderschöner Abend mit einer wunderschönen Frau. Wie charmant. Ja. Ich konnte Sie zwischendurch ein bisschen beobachten. Ich habe gesehen, das Essen sah sehr lecker aus. Hat es Ihnen denn auch geschmeckt? Sehr gut. Ja? Fisch war ausgezeichnet. Schön. Das freut mich. Trotz sehr viel Lampenfiefer, es hat mir auch sehr gut geschmeckt. Schön. Frau Reiter, ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute Abend unser Gast waren. Ich danke. Und habe noch die Ehre, Sie in dieses wunderschöne Auto zu geleiten. Und eine Dame, die Tür zu essen. Ich würde gerne selber mitfahren. Mal schauen. Vielleicht kann ich nachher noch eine kleine Probefahrt machen. Herr Grüge, auch bei Ihnen bedanke ich mich. Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Bringen Sie mir Frau Reiter gut nach Hause. Aber hallo. Gut. Ich wünsche Ihnen noch was. Machen Sie es gut. Tschüss. Haben Sie denn die Antwort auf unsere Zuschauerfrage gewusst? Sie können 500 Euro gewinnen, wenn Sie uns anrufen. Die Leitungen sind freigeschaltet. Normalerweise. Ist Peter jetzt schon bei mir? Da ist er. Sie kennen Peter. Ich darf Ihnen noch mal kurz vorstellen. Wir haben Peter extra auf eine Kellnerschule geschickt, damit er unsere Gäste immer aufs Beste versorgen kann. Und? War alles okay heute Abend? Es hat leider einen kleinen Missklang gegeben. Ich hatte Frau Reiter um Reitstunden nachgefragt. Aber sie hat mir dann einen Benimmunterricht empfohlen. Da will ich doch mal gucken, ob das schon geholfen hat. Ich habe nämlich gesehen, die haben noch was übrig gelassen. Und ich habe so einen Hunger. Das sah so lecker aus. Ja komm. Dann machen wir das doch. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.